Hallo zusammen. Heute möchte ich mal ein aus meiner Sicht fast allgemeines Thema ansprechen, aber ich glaube, das ist trotzdem super interessant. Das ist die Frage, was für ein Datum muss eigentlich auf der Anwaltsvollmacht draufstehen. Ich erlebe ganz viele Kollegen, die lassen sich gar keine Vollmacht geben von ihren Mandanten und die versichern in den Schreiben dann nur eine Bevollmächtigung. Die schreiben dann sinngemäß, Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert oder irgendwelche ähnlichen Formulierungen. Ich mache das anders. Ich lasse mir eine schriftliche Vollmacht unterschreiben und damit dokumentiere ich natürlich, dass der Mandant mich tatsächlich beauftragt hat. Und dann kommt die Frage auf, welches Datum muss die denn haben? Ich sage zu dem Mandanten normalerweise, das heutige Datum schreiben sie das drauf, wann sie mich heute bevollmächtigt haben. Und wenn ich dann schon ein paar Tage das Mandat habe, lasse ich trotzdem das heutige aktuelle Tagesdatum unterschreiben und lasse das dann nicht zurückdatieren auf den Tag, an dem mich der Mandant tatsächlich erstmals bevollmächtigte. Das führt also dann dazu, dass man ein Mandat wegen mir seit dem 10.05. eines Jahres führt und dann, wenn man eine Vollmacht vorlegen muss, vielleicht bis dahin noch gar nicht vorhatte, sich nach außen zu bestellen, dann macht man das irgendwann. Dann braucht man eine Vollmacht und dann lässt man sich eben dann das nochmal entsprechend schriftlich dokumentieren. Die Frage ist aber, welche Vollmacht brauche ich? Und hier kam ein Rechtsstreit mit oder von Kollegen hier vor das Rheinland-Pfälzische Verfassungsgericht, immerhin so weit, so doch. In einem Bußgeldverfahren hatte nämlich ein Mandant einen Anwalt beauftragt, doch aufgrund eines Blitzerfotos sich offenbar zu bestellen und der Anwalt hat das auch gemacht und hat dummerweise irgendwie in seinem Vollmachtschreiben eine andere Firma benannt, aber es war klar aus dem Kontext, er vertritt eigentlich den Mandanten, war also einfach ein Kopierfehler, irgendwie ist dann ein falscher Betreff reingeraten, aber es war trotzdem klar, er vertritt den Mandanten und den weiteren Schreiben hat also dann weiter vorgetragen, hat aber keine Vollmacht vorgelegt. Und irgendwann wollte dann das Gericht doch eine schriftliche Vollmacht sehen, zum Nachweis, dass der Anwalt tatsächlich bevollmächtigt ist. Und da fragt man sich natürlich, was glauben die Richter eigentlich, wie wir an irgendwelche Mandatsinformationen rankommen, wie wir an Mandate rankommen und ob wir denn tatsächlich für Mandanten, die wir gar nicht kennen, die wir gar nicht vertreten, irgendwelche Akten führen und woher wissen wir dann, dass sie dann geblitzt wurden und ähnliches mehr. Also das ist schon befremdlich aus meiner Sicht, dass dann ein Richter das so hinterfragt, nach dem Motto, wie kommen sie eigentlich dazu, jetzt hier in dieser Sache irgendwas zu schreiben. Aber gut, das war so. Das Gericht hat also den Anwalt aufgefordert, eine Vollmacht vorzulegen und selbstverständlich hat der Anwalt dann auch eine Vollmacht vorgelegt und hat das genauso gemacht wie ich. Der hat nichts rückdatieren lassen, sondern hat eben den Mandanten ein aktuelles Datum draufschreiben lassen, hat dann ein paar Tage später dann die Vollmacht vorgelegt, war aber bezogen auf das erste Schreiben, was er verschickt hatte, dann ein halbes Jahr später. Und dann hat das Gericht zurückgeschrieben, dass sie Bedenken hätten, auch bei der Einspruchseinlegung gegen den Bußgeldbescheid, auch das damalige Schreiben an die Verwaltungsbehörde sei wohl sehr fraglich, ob das so zulässig wäre, weil damals die Vollmacht nicht nachgewiesen wäre. Und entsprechend hat der Anwalt gesagt, das ist alles Quatsch. Ich habe hier doch das Mandat gehabt, habe natürlich die Vollmacht gehabt und jetzt hat der Mandant das sozusagen rückwirkend erst bestätigt mit dem entsprechenden Datum. Aber es ist ja klar, dass ich in seinem Auftrag tätig geworden bin. Das Amtsgericht hat den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid als unzulässig verworfen, weil der Anwalt angeblich nicht bevollmächtigt war, weil er seine Vollmacht auch nicht schriftlich nachgewiesen hätte. Und das Landgericht ist dem entsprechend dann gefolgt und daraufhin war dann der Bußgeldbescheid angeblich bestandskräftig oder rechtskräftig. Das hat sich der Anwalt nicht gefallen lassen. Der ist vor den rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshof gezogen, hat gesagt, das geht so nicht. Und tatsächlich hat der Verfassungsgerichtshof zu Recht hier das amtsgerichtliche Urteil und das bestätigende landgerichtliche Urteil aufgehoben und hat tatsächlich gesagt, was aus meiner Sicht richtig ist, die Vollmacht kann versichert werden. Die muss nicht schriftlich erfolgen, die kann natürlich auch mündlich erfolgen und im Gesetz steht nicht drin, dass die Vollmacht schriftlich nachgewiesen werden muss. Also würde das hier zu Unrecht, hier der Bußgeldbescheid, als bestandskräftig angesehen, der Einspruch dagegen als unzulässig angesehen. Das war in ordnungsgemäßer Vertretung für den Mandanten und damit waren beide Entscheidungen vom Amtsgericht und Landgericht aufzuheben. Wir haben aber ein paar Spezialvorschriften, speziell im Steuerrecht oder auch im Steuerstrafrecht macht das natürlich Sinn, dass man eine Strafprozessvollmacht vorlegt. Und da kommt es aber dann auch nicht auf das genaue Datum drauf an, sondern nur, dass eine entsprechende Bevollmächtigung da ist. Selbst wenn das Datum nicht ausgefüllt wäre die Vollmachtserteilung natürlich wirksam. Und in den Finanzrechtsstreitigkeiten brauche ich tatsächlich eine Originalvollmacht. Meistens fordern das die Richter auch an, die schicke ich aber normalerweise schon mit der Klageerhebung und der entsprechenden Einspruchsentscheidung gleich an das entsprechende Finanzgericht, sodass ich diese Hürde vom Prinzip gleich umschiffe mit der Klageerhebung. Aber auch hier würde das Datum also keine Rolle spielen. Und selbst wenn ich am 10.05. eine Klage erhebe und die Vollmacht käme erst vom 16. oder vom 20.05. oder vielleicht erst ein, zwei Monate später und ich würde die Vollmacht nachreichen, wäre das also gar kein Problem. Wenn man das ganz komfortabel machen möchte und da gar keine Probleme haben will, lässt man sich gleich am Tag der Mandatierung eine entsprechende Vollmacht unterschreiben und dann ist man da alle Probleme los. Aber für alle anderen gilt, eine mündliche Vollmacht ist möglich und wenn dann später die schriftliche Bevollmächtigung nachgeholt wird, dann dokumentiert die schriftliche Bevollmächtigung lediglich das, was vorher schon geschehen war, nämlich die Beauftragung des Anwalts in der Rechtsangelegenheit tätig zu werden. Also von daher ganz entspannt, wir können das zusammenfassen, das Datum auf der Vollmachtsurkunde spielt keine Rolle und selbst wenn das Datum auch offen gelassen ist, spielt das ebenfalls keine Rolle. Natürlich ist die Bevollmächtigung wirksam und ich meine auch völlig ohne Vollmacht, also ohne schriftliche Vollmacht, langt das natürlich aus, denn der Anwalt kennt sonst den Sachverhalt nicht, kennt die Vorgänge nicht und kann natürlich sonst auch gar nicht tätig werden. Das heißt, natürlich gab es eine Beauftragung, natürlich gab es eine Bevollmächtigung. In diesem Sinne, wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an. Bis dann. Tschüss, Ihr Jörg Burkhardt.